Guten Morgen vom Flughafen Hannover. Ja, hier sind wir dann jetzt, nachdem wir die ganze Papierflut und so weiter ausgedruckt hatten und die ganzen Tests und und und. Ja, sind wir jetzt hier. Wie ihr seht, es ist nichts los. Allerdings ist es auch noch mega früh. Wir fliegen ja auch erst 8.40 Uhr, aber wir wollten halt früher noch hier sein. Ja, jetzt schauen wir gleich erstmal, wo wir hin müssen. Ja, stundenlang jetzt erstmal die Maske auf, da muss man sich jetzt dran gewöhnen. So lange hatte ich es halt auch nie. Aber egal, ich bin happy, ich freue mich und wir hoffen einfach, dass wir dann in Griechenland nicht nochmal irgendwie rausgezogen werden zum Test. Aber wir sehen es jetzt erstmal positiv, freuen uns auf den Flug, also ich jedenfalls. Ja, und jetzt geht es dann gleich erstmal weiter. Ja, und jetzt geht es dann. So, wir sind angekommen in Hieraklion. Wir stehen jetzt gerade hier. Drüben ist dann Kofferband. Ich bin ja häufig jetzt hier mit hingestellt, damit auch nicht so viele dann stehen. Dann geht es ja gerade gucken. Ja, der Flug war sehr angenehm. Wir hatten wirklich schöne Sicht, alles. Ja, durch die Kontrolle sind wir jetzt auch durch. Zur Erleichterung, wir wurden nicht irgendwie rausgezogen für noch einen zweiten Test oder so. Jetzt warten wir auf die Koffer und dann geht es gleich zum Bustransfer und wir haben hier, als wir aus dem Flugzeug gestiegen sind, schon die meinen Schiff 6 Händen liegen sehen. Ja, das ist also auch nicht mehr weit von hier und da freue ich mich jetzt einfach mega, mega auf das Schiff. So, jetzt probiere ich mal das leckere Eis. Ich habe hier irgendwie was Vanille, Marille und... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, man merkt einfach, alle wollen vieler los und hier ist jetzt schöne Live-Musik. Also es ist jetzt natürlich nicht so voll und wir mussten gerade auch Maske anlegen, obwohl wir am Deck waren. Das ist aber nur zum Auslaufen, wenn dann relativ zu eng an der Renin gestanden wird. Und da hat die Crew dann darauf aufmerksam gemacht. Ist soweit okay, man kann davon halten, was man will, aber die Crew macht ja auch nur ihren Job und von daher war das in Ordnung. Waren auf jeden Fall tolle Momente. Wir haben immer noch recht warmes Wetter, obwohl wir Jacken angezogen haben, weil wir dachten, das wäre schon kälter. Aber ist es eigentlich gar nicht. Ja, und drüben sieht man jetzt noch so die Lichter von Heraklion und wir sind endlich wieder auf See. Guten Morgen am ersten Seetag. Ich liege hier im Bett. Okay, ich sitze jetzt, aber wenn ich liege, habe ich den gleichen Blick. Ja, und das ist unser Ausblick. So kann man einen Tag durchaus starten. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020